. Zu jung, auch Co-hypnika! Disst Scotts neue Sophia, 19. Das hat sie also wirklich von der Neuen ihres Ex-Freundes gehalten. Im Mai vergangenen Jahres tauchten zum ersten Mal Liebesgerüchte um Scott Disick, 34, und Sophia Richie auf. Im September wurde ihre Beziehung dann offiziell. Seitdem sind die 19-Jährige und der 15 Jahre ältere Dreifachpapa unzertrennlich. Wie jetzt herauskam, soll vor allem seine Ex-Freundin Courtney, 38, alles andere als begeistert von dieser Bindung mit großem Allsunterschied gewesen sein. Ein Bekannter der Kardashian-Ältesten soll gegenüber People geplaudert haben, Courtney's wirkliche Reaktion, als sie herausgefunden hat, dass und sich da hatten, war nicht sehr positiv. Wie viele andere ist auch sie der Meinung, dass viel zu jung für ihn ist und versteht das Ganze nicht. Allerdings habe sich die TV-Bekanntheit auch eingestanden, dass es ihrem Verflossenen viel besser gehen würde, seitdem die Tochter des Schmuses-Singers Lionel, 68, an seiner Seite ist. Hätte den Barträger mit dem Drogen- und Alkoholproblem auch dazugebracht, mehr Zeit mit seinen drei Kindern zu verbringen. Courtney hätte nicht gedacht, dass es halten würde und sie hätte auch nie erwartet, dass ihre Kinder kennenlernen würde. Aber weil jetzt so viel Zeit bei verbringt, hat ihr erlaubt, die Kinder zu treffen, wusste die Magazin-Quelle weiter zu berichten.